Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Rosenkranz, heute in einem ganz anderen Setting, aber wahrscheinlich kennen viele von euch auch diese Situation, dass man nach dem Auto Rosenkranz betet und das ist also in dem Sinne nichts Ungewöhnliches, aber wir haben es heute nicht geschafft, rechtzeitig bei uns wieder zu Hause in der Kapelle zu sein. Deswegen freuen wir uns jetzt sehr mit euch verbunden, trotzdem über die technischen Möglichkeiten und die Hilfe von Ryan, der uns da jetzt auf YouTube online geschalten hat, dass wir mit euch verbunden sein können und diesen Rosenkranz bieten und festes heiligen Josef zu seinen Ehren. Wir werden heute auch noch am Ende einen Segen vom Diakon Josef bekommen, also einen Josef-Segen, also eine besondere Freude natürlich für uns alle. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und der Jesus Pilatus, gekreuzigt gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag der Auferstand von den Toden, aufgefahren in den Tiefen. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toden. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Gilde, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sinn, die Auferstehung der Toten und das Gehe. Amen. Wenn dein Wille geschehe, im Himmel so ab, der ein Wille geschehe, und in uns heute. Und er gibt uns Menschen, die haben wir gegeben, unsere Geschwürdige. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter dem Frauen. Die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, die an uns die Glauben vermeidet. Heilige Maria, Gott Gott ist mit dem Kürzen, jetzt der Liga Schuld für uns ist. Du bist die Brüste, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter dem Frauen. Die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, die an uns die Hoffnung stärkt. Heilige Maria, Gott Gott. Die Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit von dem Frauen. Die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Liebe entzündet. Heilige Frau, Maria, unter Gott, Jesus. Jöne sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mein Jesus, verzei uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Sehnen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergiebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit unter den Frauen. Und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit unter den Frauen. Und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit unter den Frauen. Und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit unter den Frauen. Und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Benedeit unter den Frauen. Und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Amen gekündigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Amen gekündigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Amen gekündigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Amen gekündigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Amen gekündigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrosset seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Amen. O mein Jesus, freu uns, unsere Fünfte. Bewahre uns vor dem Feuer, dafür, für alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das Schwellkreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ähre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit und in den Frauen und gebenedeitest die Brucht deines Leibes, Jesus, der für uns gefreutigt worden ist. Heilige Mann, die Mutter Gottes, die Gott mit uns singt, jetzt in der Stunde Gottes Todesendung. Die Grüße seist du, Maria, vor der Gnade, der herrscht mit dir. Du bist gebenedeit und in den Frauen und gebenedeitest die Brucht deines Leibes, Jesus, der für uns gefreutigt worden ist. Heilige Mann, die Mutter Gottes, die Gott mit uns gefreutigt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, Mutter Gottes, mit dir. 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 Gegrüßet seist du, Maria 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 Gottes, mit dir. Du erlauchter Spross Davids, du Licht der Patriarchen, du Bräutigam der Gottesmutter, du keuscher Beschützer der allerseligsten Jungfrau, du Nährvater des Sohnes Gottes, du sorgsamer Beschirmer Christi, du Haupt der heiligen Familie, du gerechter Jesus. Du keuscher Josef, du weiser Josef, du starkmütiger Josef, du gehorsamer Josef, du getreuer Josef, du Spiegel der Geduld, du Freund der Armut, du Vorbild der Arbeiter, du Zierde des häuslichen Lebens, du Beschützer der Jungfrauen, du Stütze der Familien, du Trost der Bedrängten, du Hoffnung der Kranken, du Patron der Sterbenden, bitte für uns, du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns, du Schutzherr der heiligen Kirche, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, Herr, erbarne dich. Er hat ihn bestellt zum Herrn seines Hauses, unserem Verwalter seines Gesetzes. Lasset uns beten. Gott, du hast in deiner wunderbaren Vorsehung den heiligen Josef zum Bräutigam deiner heiligsten Mutter erkoren. Wir bitten dich, lass uns im Himmel den zum Anwalt haben, den wir auf Erden als unseren Beschützer verehren, der du lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne euch und eure Lieben auf die Fürsprache des heiligen Josefs und der allerseligsten Jungfrau Maria, der allmächtige, gütige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Lasst uns bleiben in seinen Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir wünschen euch einen schönen Abend und einen gesegneten Josefsfestabend. Alles Liebe. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. happened in seinen Frieden. Erst mit dem , Vielen Dank. Vielen Dank.